Wir haben ein Finale, wir haben Top 44 und Artis. Gleiches Spiel, zwei Minuten, vier Zeiler. Jungs, das liegt jetzt in der Hand. Okay, kommen alle zusammen fürs Finale, unterstützt die Jungs. Fange ich an oder du? Ich fange an. Erst gebe ich den Schreckschluss, dann schlag vom Sonnen, ich fange an. Du bist super, die Meboys, du bist sack, du fuckst und rappst wie Joyce. Ich sprech viel Deutsch. Tue eher wenig. Deshalb gewinn ich. Denn du bist zu dämlich. Du hast es mit 7-7 getrieben, bist danach auf der Weite liegen geblieben Verdammt, bist total verstand, verkrampfter Meist mit verkrampften Stars Wir, wir, sagen jetzt am Mikrofon, Bitch, du kannst nicht Und wir sind Wirklichkeit, der, der verkrampft ist Es geht ein Scheiß auf deine kleine Mütze So sieht's aus, weil ich hier meine Reine wünsche Das einzige, was ich brauche, sind Schore und Trips Was bist du eigentlich, Leute, Pfanne, du hast sogar Fisch Ey, erzähl mir nicht, wie auf dem Boden du bist Also was geht ab, du bist am Eizugepist Ey, yo, ich greif das Mike und ich rap den Shit Du meinst wirklich, du wärst schon ein Fack, du Bitch Doch du schäckst es nicht, dass du ein Facker bist Ey, word up, du hast hier eh keinen Respekt Ey, ey, check ist, check ist, mein Rap ist perfekt ist Dein Rap ist der Schlecht ist, weil mein Leib ist ein reines Geheimnis Du hast den Kuss eines Schweines Ey, yo, yo, du meinst Du meinst, ich hätte eigentlich meinen Kopf Doch ich sagte, dass keiner von deinen Rhymen rockt Ey, yo, du siehst aus wie ein kleines Hool Das ist der Grund, warum die Leute bei deinem Rhymen buhen In Pool, in Pool Ich spule ans Scheiß weg Wenn ich um deine Ecke liest, hier wie Tom einklemmt Es hat keinen Zweck, was du gerade praktizierst Du bist wie ich wünsche, weil du jetzt verlierst Ha, Bitch, du bist abgewacht und viel zu hektisch Check das aus, alles bringt den Rap-Shit Denn dieser Scheiß wird jetzt wie Marce Byrne Wenn ich am Main bin, könnt ihr was krasses hören? Ey, 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 ey Yo, check ist, check ist, dein Rap-Shit ist echt, Dreh uns richtig schlecht, die Seien verpeilt Egal, teilt das Zeug, dann meint den Wiesen Einfach eines Steins, ey, du bist von mir geht's sheets Das gehtinding Ok, ok Die die gerade Nur ruhe Station Zug, 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 Zug Ruhe, 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 ruhe Du erst mal bist du die Jury Erstmal ist die Jury Erstmal, erst malvertrauen Ich Yung Also Ich find Artist war nicht schlecht, aber für zwei so krasses Styler Beats so langweilig Ich war sehr, sehr ausgeglichen und schließlich ging es ja um vier Zeilen und ab und zu mal habe ich nur drei Zeilen gehört oder nur zwei und ich sage, ich entscheide mich für Artis und das war für Artis. Ihr entscheidet, das Finale finde ich auch korrekt, also wirklich nicht korrekt, so muss es auch eigentlich sein. Ruhe, bitte, 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 ein Moment, Ruhe. So, wir stimmen jetzt ab. Wir stimmen erstmal ab. Wer ist für Top 44? Dankeschön, 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 Dankeschön. Wer ist für Artis? Also, es gibt heute das Problem, ja, versetzt euch mal in meiner Lage. Da ist eine Reihe von der Seite, die schreien sich fett weit weg und auf der anderen Seite die anderen. Was ist mit euch da hinten? Ihr stimmt gar nicht ab. Ihr müsst genauso abstimmen und nach vorne kommen, damit ich euch alle höre. Sonst ist das alles schwer. Damit wir das auch mal beurteilen können, ist auch klar. Also, bitte, ich jetzt hierhin mitzumachen, ja. Einmal bin ich hierhin mitzumachen, ja. Einmal bin ich hierhin. Zwei. Richtig? Okay. Wer ist für Top 44? Okay. So, wer ist für Artis? Top 44? Ich hab geboren! So, wir haben jetzt einen finalist Top 44. Applaus für unseren Mann. Wir müssen abhauen. Jetzt gibt's erstmal Kohle. Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Ja. Und Rucksäcke gibt's da auch, genau. Im zweiten Platz 100 Euro. Im ersten Platz 200 Euro. Top 44. Steckst dir ein, kauf dir was Todes. So, wer will jetzt Rucksäcke? Ja, das ist zu wenig. So schmeißt du jetzt rein. Okay, okay. So, ich hab hier so einen blauen und schwarzen E-Speck-Rucksack. Okay. Ich werf den nicht nach vorne. Ich werf den nach hinten, ja. Alle Leute werfen Marsch nach vorne. Ich werf den nach hinten. Ich werf den nach hinten. Und alle nach vorne. Ich möchte nochmal einen Applaus für die ganzen DJs. Für die ganzen B-Boys. Die ganzen Leute, die Jury. Alle, die hier mitgewirkt haben. Forensik-Crew. King's Eyes Doows to Marsch. Meine Jungs, alle, die hier gelungen sind. Alle Rapper, alle MCs. Die Jungs, alle, die hier sind. Die Jungs, alle, die hier sind. Applaus auf euch selbst. Das ist sehr gut, aber. Ja, ich soll mich selbst. Daddy-Ley. Nöte. Die Jungs, alle. Ich soll mich selbst in der Überlegung. Was jeder, das ist klar. Opa. Die Jungs-Knie ist klar. Die Jungs-Kinhal. Untertitelung des ZDF, 2020